Servus liebe Filmfreunde, willkommen zu Cineman Will aus Liebe zum Film. Einen wunderschönen Samstagmorgen wünsche ich euch heute am 9.11.2019 und wir beginnen heute unsere Reise bei den Vorbestellertipps sowie Weekenddeals. Leute, heute ist wieder jede Menge geiles Zeug mit am Start. Ich freue mich echt mega, euch das Ganze präsentieren zu dürfen. Wir beginnen aber das Ganze mit einer kleinen Werbung in eigener Sache, denn wie ihr vielleicht bereits mitbekommen habt, habe ich hier bei Teespring eine kleine Kampagne gestartet, damit man ein paar Cineman Will Merchandise Artikel kaufen kann. Viele haben mich ja nach einem T-Shirt gefragt und deswegen habe ich das Ganze hier gestartet. Hier habt ihr einen Classic Tea für 14,89 Euro. Da gibt es sehr viele verschiedene, ihr müsst nur aufpassen. Es gibt auch Kinder-T-Shirts. Ich habe einfach mal alles mit reingenommen, was es so gibt. Frauen-T-Shirts, Pullis, Kapuzen-Pullis, auch in verschiedenen Qualitäten. Classic Hoodie, dann gibt es noch einen etwas hochwertigeren Pulli. Hier haben wir einen Kids-Pulli und, und, und. Ihr könnt euch hier mal durchgucken, wie gesagt, ein bisschen aufpassen. Männer, Frauen und Kinder, es ist alles dabei, aber es ist auch alles immer ganz gut beschrieben. Woman's Classic Tea, seht ihr ja hier, ihr könnt euch sogar eine Tasse kaufen. Und hier ist der Premium Hoodie, also hier haben wir die zwei nebeneinander, 10 Euro Unterschied. Ich habe das Ganze auch noch relativ, ja, nach unten geschaut vom Preis her. Also hier sind kaum irgendwelche Gewinnmargen dabei. Die sind halt etwas teurer in der Produktion, dafür etwas hochwertiger. Und ich finde, das ist eine coole Sache. Okay, und somit kann sich dann jeder auch mal hier eindecken, sozusagen, mit T-Shirts und mit denen er will. Ihr habt auch verschiedene Größen am Start und, und, und. Also guckt mal unten in die Videobeschreibung. Dort findet ihr dann den Link nochmal hier zu dieser Aktion. Und damit starten wir hier unsere Vorbesteller-Tipps erst einmal. Und zwar mit Downtown Abbey haben wir hier der Film in einer Limited Special Edition. Das schaut mal richtig nice aus hier. Guckt euch das Ganze an. Echt Deluxe Limited Edition. Ja, das Farbspiel passt ganz gut. Schwarz mit Gold hier in Kombination. Schaut doch echt geil aus. Das Ganze erscheint am 30. Januar 2020. Und hier wird erst mal 27,99 Euro dafür verlangt. Blu-ray plus DVD. Jo, Breakfast Club erscheint demnächst in einem limitierten Steelbook. Naja, demnächst im Februar 2020. Am 6. Februar. Hey, das könnt ihr euch vielleicht selber schenken. Oder eurer Freundin dann zum Valentinstag. Wäre auf jeden Fall nice. Sobald hier ein Cover-Design bestätigt wurde, werde ich euch natürlich wieder auf dem laufenden handeln. Außerdem Watchmen im Ultimate Cut hier in der 4K Ultra HD Edition, Steelbook Edition. Haben wir am 5. Dezember für 35,99 Euro. Des Weiteren haben wir noch Spiel mir das Lied vom Tod. Und, oh ja, Claudia Kardinale, Henry Fonda, Charles Bronson, mega geiler Film erscheint hier in einem limitierten Digibook. Oh, ich dachte schon, das wäre ein Mediabook. Warum kein Mediabook? Das wäre doch mal echt geil, hier noch so ein paar Sachen über den Film zu lesen in einem Booklet. Das wäre eine coole Sache gewesen. Aber okay, Digibook ist auch richtig nice. Und dann schauen wir einfach mal weiter, wie es hier weitergeht mit Once Upon a Time in Hollywood. Ja, in der 4K Ultra HD Collectors Edition. Und da, ja, auch diese sieht sehr cool aus. Sehr schön gestaltet. Ich glaube, die Vinyl-Soundtrack-Edition sah auch so aus. Hier gibt es noch ein Mad-Comic dazu, oder? Und ein Poster ist ja mal eine echt geile Sache. Exklusiv bei Amazon.de für 79,99 Euro. Lass mal gucken, was waren denn da an Discs? War alles noch mit dabei? Zwei Discs. Sieht aus, als wäre hier der Soundtrack noch mit an Bord, oder? Hier in so einer Schallplatten-Mini-Edition. Das ist ja mal echt geil. Wir können ja mal runtergucken. Wartet mal schnell. Was wird uns hier angezeigt? Disc 1. Okay, das ist ein bisschen falsch. Er enthält vom Film inspirierte exklusive Midi-Edition des Mad-Magazin. Eine Vinyl-Single mit zwei der groovigsten Sounds des Soundtracks. Also nur zwei Dinger sind drauf. Vintage-Poster und dann den Film in 4K Ultra HD Edition und Ding. Aber ist doch mal eine echt schöne Edition. Gefällt mir gut. Dann haben wir The Divine Fury Limited Media Book Edition. Hier für 27,99 Euro. Die Designs sehen ja sehr geil aus hier. Diese gezeichneten Cover von den asiatischen Filmen gefallen mir auch sehr gut. Allerdings kann ich mit den meisten Filmen davon leider nichts anfangen. Aber okay, es gibt sehr viele Freunde davon. Und wie wir hier unten sehen, gibt es noch den Hinweis, wenn er es irgendwie schafft, schafft er nicht. Inklusive Fantasy-Blockbuster-Arahan. Okay, alles klar. Ein ausgeklügelter Horror-Action-Hybrid. Wann erscheint denn das gute Stück? Am 24. Januar 2020. Drei Bengel für Charlie haben wir hier in der 4K Ultra HD Limited Edition. Ich meine, das hatte ich schon mal am Start. Aber zur Sicherheit habe ich es jetzt nochmal mit reingenommen. Das Ganze ist Mediamarkt und Saturn exklusiv. Deswegen auch hier auf der Seite vom Mediamarkt das Ganze präsentiert. Sieht jetzt allerdings nicht sehr prickelnd aus. Muss man leider sagen, obwohl das richtig drei hübsche Damen sind. Aber das Steelbook gefällt mir jetzt schon vom Design her leider überhaupt nicht. Aber lassen wir uns mal überraschen, wie das Ganze in echt aussieht. Dann haben wir Chucky Teil Nummer 2 in einer limitierten exklusiven Hardbox. Ebenfalls Mediamarkt exklusiv. Die schaut mal richtig nice aus, oder? Das gefällt mir sehr gut. Hier von der Firma Birnenblatt. Echt cool. Und dann haben wir hier 32,90 Euro dafür veranschlagt am 10.12.2019. Ich hoffe mal, dass die Mediabooks jetzt nicht auch noch auf den 10.12. verschoben worden sind, sondern endlich Ende dieses Monats rauskommen. Ich kann es kaum erwarten, die Sammlung komplett zu haben. Aber okay, wir können es ja eh nicht mehr ändern. Dann noch auf ein paar, ein, zwei Tage kommt es am Schluss dann auch nicht mehr darauf an. Dann haben wir bei Zavi noch ein Steelbook. Das ist eigentlich ja eine Neuauflage, denn dieses Steelbook habe ich bereits zu Hause. Und zwar mit diesem Coverdesign hier. Das ist hier auch geprägt gewesen, der Titel. Wollen wir mal gucken, wie das Ganze dann am Ende aussieht. Wann erscheint das gute Stück? Steelbook versandt ab 18. November. Oh, das ist ja relativ zeitnah. Und ja, da habe ich, wie gesagt, dieses Steelbook daheim. Wollte es auch mit dem Steelbook vom Remake vergleichen im Zuge eines Videos hier. Wie heißt es nochmal, was ich da gemacht habe? Original versus Remake. Genau. Manchmal komme ich einfach nicht drauf. Aber es ist verdammt früh. Gestern ging es auch ein bisschen länger. Wegen dem Livestream. Falls ihr den verpasst habt, guckt mal auf meinen Kanal oder ich werde ihn euch nochmal verlinken. Denn der Infobox war mega geil gewesen. Da haben wir auch über diese Reihe hier gesprochen von Nameless Media, die auf den 22.11. verschoben wurde. 22.11. Passt ja sehr gut. Brain Slasher hier in einem sehr schönen Coverdesign. Da gibt es natürlich mehrere zur Auswahl. Aber ihr wisst es, ich stehe auf die gezeichneten Cover. Allerdings macht so ein geiles Cover noch keinen guten Film. Und da haben wir auch drüber gesprochen, dass viele Leute einfach nicht mehr bereit sind für alte Schinken. Auch wenn sie jetzt in so einem geilen Cover erscheinen und in einem Mediabook nicht bereit sind, hier 32 Euro dafür zu zahlen. Genauso wenig wie für Bloodfather. Hier ein geiles Mediabook, cooler Film. Aber 32 Euro dafür wollen die wenigsten bezahlen. So viel zumindest hier der Einheitston im Stream gestern gewesen. Eins der Mediabooks hat euch ja bereits der Olli von Olli Uncut vorgestellt. Guckt mal auf seinen Kanal vorbei. Falls ich es nicht vergesse, werde ich es unten verlinken. Ansonsten einfach Suchfunktion benutzen bei YouTube und Olli Uncut eintippen. Das Mediabook gefällt mir gut, auch vom Booklet her. Finde ich besser als das Steelbook. Allerdings brauche ich da kein neues Mediabook dazu plus Steelbook bei dem Film. Aber okay, kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Da haben wir auch über den Film hier gesprochen, The Furies, Bleib am Leben oder Stirb beim Versuch. Das erscheint ebenfalls in mehreren Cover-Varianten. 31,99 und dürfte auch in dieser Mediabook-Welle, möchte ich es beinahe sagen, von Nameless Media hier am 22.11. erscheinen. Und hier haben wir dann noch was Interessantes, meine ich. Das finde ich schon sehr geil. Können wir mal draufklicken. Und zwar The Texas Chainsaw Double Feature. Und hier haben wir, was haben wir denn hier drin? Welche Filme? Texas Chainsaw Double Feature. Meine Fresse, The Legend is Back. Und Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre. Ganz schwierig hier in der Früh rauszubekommen. Da habe ich euch ja schon eine Review im Zuge des Horror-Oktobers verfasst. Zu mehreren Teilen von Texas Chainsaw Massacre. Auch hier zum Michael Bay Remake. Könnt ihr auch mal auf meinem Kanal gucken und euch das Video ansehen, falls ihr euch dafür interessiert. Und zu guter Letzt haben wir dann noch Near Dark in einer Limited Collectors Edition, Mediabook-Cover-Variante B. für 44,99 Aua. Warum? Was rechtfertigt jetzt hier bitte den Preis? Weil die DVD dabei ist ja logisch, ist ja klar. Alles ist so wunderbar. Limitiert auf 500 Stück. Limited Collectors Edition. Aber wir haben hier nicht mal den Hinweis, ob es sich um ein wartiertes Mediabook handelt oder nicht. Ob es irgendwelche Sondersachen dazu gibt. Es gibt soweit, ich weiß, keinen zweiten Teil dazu. Also kann es das auch nicht sein. Vielleicht ein Bonusfilm oder irgendwas. Aber 44,99 Aua. Nee. Aber gut. Muss man nicht verstehen. Und damit sind wir bei den Weekend Deals. Und da verkauft euch der gute Godzilla-Fan 1990 auf seinem YouTube-Kanal jede Menge coolen Stuff für coole Preise. Ich habe mal vorhin reingeschaut. Ich habe hier nur den Ton ausgeschaltet. Weil ansonsten hört ihr das jetzt hier über meinen Ton. Hier sieht man hier Finger nach oben. Jawohl. Preissturz bei Godzilla-Fan 1990. Ist das Ende nahe. Schaut irgendwie nicht so aus. Hier noch echt geil im Video hier der Hintergrund vom Horror-Oktober mit der coole Lichterkette. Mega geil gemacht. Tolle Teile hier. Wilderness. Verkauft er Gott sei Dank nicht. Ist angeblich ein cooler Film und in einem schicken Mediabook. Und hier gibt es, wie man sehen kann, Steelbooks, Amorays und was weiß ich. Warte, 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 warte. Was habe ich denn hier gerade gesehen? Das fünfte Element. Geil. Mit blauem Balken oben drauf. Und Credits. Jawohl. Must-have. Bitte 20 Euro. Ich gebe es dir. Yo, Labyrinth. Was hat er denn noch so alles im Angebot? Lass mal gucken. Oh, Spiele gibt es sogar auch. Und, und, und. Also jedes Mal erwische ich ihn immer zwischendurch. Also guck mal beim Godzilla-Fan 1990 vorbei. Er hat gute Preise mit drin. Oder mit dabei am Start. Battle Royale haben wir hier gerade unten gesehen. Mediabook und, und, und. Mediabook und, und, und. Also Schnäppchen-Tipps hier zuschlagen bei Godzilla-Fan 1990. Ihr seht es hier. Hier ist auch einiges dabei bei Amazon. Wir starten jetzt aber hier bei den Weekend-Deals von Prez Media. Hier wurde das Ganze Gott sei Dank mal getauscht. Gestern habe ich noch reingeschaut. Da war nichts gewesen. Da waren nur die Halloween-Sachen noch drin. Aber heute Morgen war dann hier ein Update dabei. Und wir haben The Hitcher. Wie man sehen kann, man muss nur ein bisschen warten. 19,99 Euro. 10 Euro schon mal günstiger. Und dann hier weitere Editionen von diesen VHS-Design-Media-Books, die mir persönlich jetzt nicht so gefallen. Mir gefallen schon VHS-Designs, aber die von Nameless Media sehen dann 10 Mal besser aus als die hier. Wie gesagt, gefällt mir persönlich nicht. Spricht mich jetzt nicht an, aber es gibt Fans davon. Und deswegen ist das ja auch eine coole Sache, dass die hier mal ein paar schöne Angebotspreise serviert bekommen. Jetzt habe ich allerdings was vergessen. Gibt es eigentlich ein paar Weekend-Deals beim Saturn? Das habe ich jetzt voll verpeilt zu schauen. Der Saturn-Dreifach-Vorteil? Nein, gibt es irgendwie nicht. Dann gucken wir hier, hier, hier und hier und hier. Und wieder mal leider keine Weekend-Deals beim Saturn. Schade. Machen wir weg. Dann gehen wir einfach weiter zu Zavi. Und hier haben wir dann wieder ein paar Angebote aus den verschiedensten Bereichen. Thema Figuren, Thema Merchandise und, und, und. Und ich werde jetzt da jetzt nicht einzeln reinklicken bei den ganzen Sachen. Ihr seht es ja hier offiziell, was euch hier erwartet. 15% Rabatt auf noch gewisse Box-Sets. Was ich persönlich richtig nice finde, da bin ich gerade mich am durchklicken. Hier bei diesen schicken Weihnachtspullis und T-Shirts und so. Die finde ich mega cool. Und hier haben wir noch andere Band-Merchandise-Sachen, Terminator-Merchandise-Sachen und, und, und. Ich werde euch hier mal die Hauptseite unten verlinken. Und dann könnt ihr ja reingehen in die eigenen Kategorien und euch da ein bisschen durchklicken. Bin mir sicher, da ist für jeden von euch vielleicht was dabei. Ansonsten, wie gesagt, bin ich hier gerade bei den Pullis. Ich habe es mal offen gelassen, damit ich weiß, wo ich war. Ich habe es sogar gefiltert auf Herren und meine Größe. Und dann sind immer noch 20 Seiten hier offen. Es ist echt heftig, was hier los ist bei Zavi. Wir haben dann noch was bei Amazon Frankreich und zwar ein paar richtig krasse Angebote, Leute. Hier haben wir zum Beispiel Vermeule im 4K Ultra HD Stierburg. Ja, habe ich euch auch schon präsentiert, auch eine Review kurz dazu zum Film verfasst. Und zwar für 16,99 Euro. Das ist mal ein richtig geiler Preis. Jetzt müssen wir nur hier schauen. Soweit ich weiß, ist eigentlich deutscher Ton mit am Start. Gucken wir mal hier. Allemand, 5 plus 1 ist mit dabei. Also könnt ihr hier ja mal getrost zuschlagen. 4K sehe ich gerade hier von, wie hieß es nochmal, Red Heat, 22,55 Euro. Also auch ein nice Price. Was kostet denn hier das Green Book Stierburg 1987? Ist jetzt kein Schnäppchen-Tipp. Aber hier, 16,99 Euro. Echt nice. Also ihr dürft ungefähr so 4 Euro eigentlich versandt mit dazu rechnen. Dann haben wir hier noch Predator 4K Ultra HD Stierburg ebenfalls für 17,99 Euro. Schauen wir doch mal runter, ob hier angegeben wird, wie es mit den Tonspuren aussieht. Ach, bin ich schon wieder drüber oder was ist hier los? Wo ist denn hier dieses Infoteil? Info, Info, Info steht leider nichts drauf. Englisch und Französisch. Okay, dann gucken wir mal hier. Gremlins, da schauen, 16,99 Euro. Ja, Alter, Alter, da sieht man mal. Gucken wir hier auf die Sprachen. Ja, da sind wir mit deutschem Ton. Also Leute, zuschlagen, ihr kommt auf jeden Fall günstiger raus als in Deutschland. 16. November wird das Ganze hier versendet. Braveheart, 20,99 Euro. Auch da werfen wir einen Blick auf den Ton. Angeblich nicht, aber manchmal ist dann doch deutscher Ton mit dabei. Aber ich würde jetzt hier meine Hand nicht ins Feuer legen, wenn es jetzt nicht hier explizit draufsteht bei dieser Edition. Könnte aber dennoch gut sein. Alien, 4K Ultra HD Stierburg, 19,99 Euro. Wie schaut es denn hier aus? Leider auch kein Hinweis, ob deutscher Ton mit dabei ist oder nicht. Und dann haben wir hier noch Aquaman 4K Ultra HD. Also ich sehe, das ist eine Zeit überall ausverkauft gewesen und was weiß ich nicht alles. 4K ist dabei, 3D ist dabei und die normale Blu-ray ist dabei und das Ganze für 19,99 Euro. Wie sieht es hier aus? Jawohl, mit deutschem Ton. Ha, also das ist einfach Wahnsinn. Wie gesagt, einfach nur mal warten. Preissturz von 35,10 Euro auf 19,99. Das ist ja mal richtig geil, habe ich mir gekauft am 22. April. Oh, da hat mein Vater Geburtstag gehabt. Aber ich habe es mir, glaube ich, selber geschenkt und nicht ihn. Aquaman in der Ultimate Collectors Edition. Ich meine hier mit diesem Stierburg 3D und was weiß ich nicht alles. 100,79 Euro. Also Startpreis war 229 Euro. Haben wir ja gestern auch im Stream darüber gesprochen, dass die Spinnen in Deutschland, in den anderen Ländern ist alles zum halben Preis. Das ist zwar auch viel, 129 Euro, wie zum Beispiel bei der S-Limited Edition. Aber wie man sehen kann, das habe ich auch gestern angesprochen. Leute, zu dem Preis werden die das im Leben niemals verkaufen. Zumal euch ja der Stefan sogar noch ein Unboxing dazu gemacht hat. Ein sehr cooles Unboxing. Guckt mal beim Vorhiss 82 vorbei. Und auch er hat selber zugegeben, dass es den Preis einfach nicht wert. Und da sieht man dann auch, wie er sich dann hier niederschlägt. Das Teil steht wahrscheinlich wie Blei in den Regalen von Amazon. Jetzt sinkt der Preis. Aber ich bin mir sicher, wartet noch ein bisschen. Weihnachten kommt. Es kommen diese Prime, nicht mehr Prime Days, aber es kommt der Black Friday und 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 was weiß ich nicht alles. Und ich bin mir sicher, da gibt es dann noch ein paar Angebote. So für 150, 140 Euro, vielleicht sogar 129 Euro. Und da kann man dann zuschlagen. Aber jetzt würde ich meiner Meinung nach noch nicht zuschlagen. Ihr könnt es mir ja gerne unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht. Dann haben wir noch Hellraiser. Die Trilogie hier in der Collectors Edition sieht auch sehr nice aus. Für, was war der Preis? 44,99 Euro. Sehr cool. Und dann hat Amazon noch eine weitere Aktion gestartet. Was heißt eine? Mehrere eigentlich. Eine große Aktion mit mehreren Unteraktionen. Und zwar DVDs unter 5 Euro. Blu-Rays unter 8 Euro. TV-Box-Sets, Serien-Box-Sets und Sonderformate. Auch hier denke ich mal für jeden was dabei. Guckt mal mal in die Sonderformate. Beim Rest könnt ihr euch ja auch reinklicken. Jetzt sehen wir hier, dass hier 4Ks mit dabei sind. Sind denn irgendwelche Media-Books oder sonstige Sachen dabei? Leider irgendwie nicht. Nur Box-Sets ist ein bisschen schade. Ich hätte jetzt auf ein paar Steel-Books getippt oder mir besser gesagt gewünscht. Aber okay. Auch das natürlich für euch unten verlinkt. Außerdem noch eine Aktion für Filme für 22 Euro. Hier sind DVDs und Blu-Rays gemischt. Leider kann man hier nicht filtern nach DVD und Blu-Ray. Aber okay. Wie viele Filme sind denn hier mit dabei? 1.999 Stück. Ja, ist ein bisschen schade. Aber okay. Und hier zu diesen Filmen hätte ich noch gerne was gesagt. Filme, die man haben muss. Wenn man hier nämlich guckt. Hier gibt es nämlich noch eine Best-of-Hollywood-Aktion. Nämlich 2 für 1. Und das ist mal eine richtig geile Aktion. Vor allem, weil die Preise hier auch richtig cool sind. Und da könnt ihr euch zum Beispiel Kill Bill Vol. 1 und 2 zum Preis von 1 holen. Das ist doch mal eine schöne Sache. Oder hier diese Blu-Rays. Ihr müsst allerdings aufpassen. Hier steht es, dass die Artikel von Amazon.de verkauft werden. Es werden eh hier die meisten. Aber guckt mal hier. Hier fehlt zum Beispiel wieder der Hinweis. Wir können ja draufklicken. Wie sieht es hier aus? Amazon Choice. Ja, Verkauf und Versand durch Amazon. Also wie gesagt, da müsst ihr drauf aufpassen. Und ansonsten werde ich jetzt selber mal gucken, ob ich hier noch zuschlagen kann oder nicht. Jo, meine lieben Filmfreunde. Das soll es dann auch wieder gewesen sein mit den heutigen Blu-Ray-Vorbesteller-Tipps sowie Weekend-Deals. Wenn für euch was dabei war, schreibt es mir bitte unten in die Kommentare rein. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Genießt es. Lasst die Sau raus und tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Das war es von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und Servus.